Daaa nix, hier haben wir Computer Ja, okay Ähm Auf einmal lesen geht grad gar nicht mehr Nicht mit den Halsschmerzen Das ist für mich ein Ding der Möglichkeit Äh, Revolver-Munition mitnehmen Irgendwann haben die alles hier drin liegen Ach Munitionskoffer Alles mitnehmen Äh Sonst seh ich hier nix zu mitnehmen, okay Hier schleichen wir uns mal durch Ich hab keine Ahnung wo ich hier langkomme Ich hoffe Auf den richtigen Weg Einmal runter Danke Äh Weiter runter geht's nicht Okay Wo komm ich denn Bloß hier raus Mann Ähm No Na Blatt hier, ne So Äh Ah, okay Ich weiß wo ich bin Da wo ich grad den Aufzug runter geguckt habe Ja, da bin ich Auch nicht Auch nicht schlecht Ich darf den ganzen Weg zurück latschen Hätte ich ja mal gewusst Ähm Für einen Credit Chip bin ich jetzt eingelatscht Super Einmal hoch Was Was wir hier durchschleichen Die In der Zeit kann man eben unsere Waffen durchladen Sind durchgeladen Die auch Die ist auch durchgeladen Die auch Alles klar Alle Waffen durchgeladen Mehr Geht nicht Wie konnte mich hier jemand entdecken Ich Hallo Wenn sich hier jemand versteckt Sollte er jetzt lieber rauskommen Klingen als würdest du wieder mal Gespenster sehen Feind am Boden Feind am Boden Feind am Boden Feind am Boden Guck guck Du entkommst mir nicht Kommt Zeig dich. So will ich dich nicht treffen. Da hin kommt wieder einer. Weg. Aua. Verdammt. Ach du heilige Kacke. Ich leide nach. Ich leide dich her. Verdammt. Halleluja. Der Mumps drauf. Töne muss gerade meine Nase hochziehen. Oh. Ich muss aber. Ähm. Ja. Das heißt wir sind gerade zu schwierig. Erkältung und das ganze Zeug und dann aufnehmen. Aber ich will euch. Ich habe euch zu lange ohne Folgen gelassen. Das ist ja ein Problem dabei. Ach guck mal. Den hätte ich auch um die Ohren hauen können. Dann nehmen wir die hier erstmal. Habe ich ihn getroffen oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Der müsste auch gleich umkippen. Müsste eigentlich. Oder auch nicht. Ja. Mal kurz aufstehen. Dahin läuft er. Habe ich ihn getroffen? Ich habe keine Ahnung. Komm. Ich treffe den irgendwie nicht. Mein Gott. Ich treffe den auf diese Reichweite auch nicht. Damit sehe ich gerade. Ja. Ich habe gerade riesen Pank, dass ich gleich entdeckt werde. Schnell speichern. Oh je je je. Da läuft der nächste. Ich muss eingezielten Schuss setzen. Direkt auf den Kopf. So hast du nichts mitkriegen. Ich habe möglichen Sichtkontakt. Los rüber da und überprüfen. Ich habe noch keine Bestätigung. Ja. Wir wissen zwar, dass ich hier bin. Da ist er. So. Dann hätten wir den nämlich auch erledigt. Und zwar gehört, dass ich da bin. Mehr. Aber auch nicht. Na. Präzisionsgewehr. Da haben wir aber keinen Platz. Leider. Mal schnell hier durchspannen. PENG. Weg damit. Wo kommen wir hier durch? Zack. Wir wissen, dass ich hier bin. Schön für euch. Und jetzt hier durch. Hier bin ich sogar, glaube ich, goldrichtig. Kann das sein? Ich weiß es gerade eigentlich nicht. Wokka. Wokka, gut. Gut. Ähm. Nein. Natürlich nur, wenn ihr auch wisst, dass Alkohol schlecht ist. Also lasst bloß die Finger von den Drogen und den ganzen Zeug bitte. Guckt euch mal, Let's Play. Äh. Ja. Den nüchternen Zustand an. Oh. ja wissen wo ich bin ich hoffe ja mein gott wie heißt es so schön viele wege viele wege führen nach rom so in der richtung die eis hat und das habe ich jetzt gerade zu spüren bekommen wollte einmal nur mal wieder machen einfach nur so aus lust und laune bis jetzt weiß niemand dass ich hier bin wüsste was ich jetzt mache ich schmeiß das ding hier raus und nehmen dafür hat die elektroschockpistole mit hat nervt nämlich dass wir immer nur elektroschock-pfeile finden ähm nimm mal da ein dann nimm mal da, da und da hier alles ein dann hier rein, dann hier rein, dann da rein und zack und zack und sieg so, schon haben wir es das waren nur die kameras also eigentlich eher, äh warte mal, ich habe keinen schubladen, ok äh da dann haben wir da noch ein computer, der ist freigeschaltet das war warte mal